es ist wieder zeit sich schick zu machen es ist wieder zeit sich in schale zu werfen herzlich willkommen auf meinem kanal heute im let's play bundesliga manager professional die 24 saison soweit ich weiß nicht die letzte aber leicht die vorletzte wir arbeiten hart daran auf dieses ziel zu die 65.000 zuschauerplätze zu überdachten und die anderen 65.000 das mal offen denn sonst ist es zu teuer und warum bin ich recht zuversichtlich dass das jetzt klappt wir gucken einfach mal rein was anders kann ich mich denn noch erinnern ich glaube ich habe gute verträge abgeschlossen oder man die sind hier noch drei jahre der hat noch drei jahre also die starken spieler haben alle noch drei jahre und sind dadurch relativ bezahlbar enke wird dann ein problem werden aber ansonsten muss ich mich diesmal nicht wirklich allzu viel naja doch mittelfeld muss ich mich schon wahrscheinlich ein bisschen auseinandersetzen mit ja mit dem muss ich mich schon auseinandersetzen dass ich da ein bisschen was verkaufen und kaufe so aber gucken wir einfach mal wie es denn sonst so aussieht wir haben auf dem konto 22.000 wir haben unsere üblichen zwei millionen schulden die wir nicht loswerden ausgaben sind bei fast zwei millionen genau allo schick werden wir vielleicht los müssen mal gucken bei den verkaufen können der bild geschnitt ist relativ niedrig das werden wir schon schaffen zurzeit was haben wir noch wir sind weit vorne auf dem ersten platz der ewigen tabelle haben sieben meisterschaften gewonnen acht mal den dfb pokal und sind um im ueva cup dabei weil es ja letzte saison nicht so gut war ich glaube wir sind noch dritter geworden oder mal gucken ja wir sind noch dritter geworden war ein knappes rennen kurz vor ende noch mal richtig versagt hätten das letzte spiel gewonnen werden wir meister geworden aber es hatte nicht sein sollen und deswegen müssen wir jetzt damit leben dass wir hier nur den dritten platz haben so dfb pokal und landesmeister sind wir früh raus geflogen vielleicht machen wir das diesmal wieder anders vielleicht schaffen wir wieder ein dubbel und doppel ihr wisst ich weiß nicht wie man das aussprechen soll dann gucken wir mal kurz rein dfb pokal ist das denn eigentlich möglich ja wir spielen gegen die stuttgarter kickers ok sieht gut aus und ueva cup spielen wir gegen espanol baffalona ok wir gucken auch noch mal in den landesmeister wer da alles mitspielt welches land übergebührlich vertreten ist mit hier haben wir italien mit ac mailand mit inter mailand mit ac florenz haben wir hier noch was also drei sind ja schon mal unerhört verona also vier mannschaften im landesmeister von italien dann gucken wir noch bei den spaniern wie sieht es da aus da hatte ich auch erst mal die franzosen marseille lenz saint germain zumindest soweit ich das zusammen kriegt und schon mal drei ja und dann wollte ich spanien gucken weil ich hier irgendwie via real gesehen habe genau valencia und noch irgendwas wir wir sind auch noch drin ok also über gebühr vertreten ist schon seltsam danke nochmal an den hinweisgeber der das öfter mal beobachtet hat anscheinend hatte ich ja auch schon mal genau ansonsten muss ich noch grüße bestellen aber das mache ich nach dem ersten spiel tag so folgende haben wir auf dem markt getan weil der alt ist und weil der keine vernünftige stärke mehr erreichen wird gleichzeitig sollten wir uns dann auch definitiv gilberto kaufen und alushi auf den markt stellen bevor der sagt dass er nicht mehr will der ist 31 ach nee der hat einen ein jahresvertrag dann ist das ok dann nehmen wir den noch mit so das ist das trainingsintensität hatte ich runter gesetzt setzen wir jetzt wieder hoch damit die jungs wieder stärker werden eintrittspreis liegt bei 15 d mark das ist eigentlich ganz gut wir sind voll ausgebaut was stadionzustand und komfort angeht jetzt noch die mannschaft aufstellen ähm ja das ist natürlich hart hier nehmen wir die defensive aufstellung wir haben genügend abwehrspiele auf jeden fall vorhanden sind sie auch alle stark genug nicht dass uns das wie in der vorletzten saison passiert und wir eine viel zu schwache abwehr haben aber das sieht eigentlich ganz gut aus gut sind die auch alle gut verteilt ach ja hier rechts außen links den stellen wir nach vorne beides links rechts links so müssen wir ein bisschen sortieren ok weiß ich bescheid dann gucken wir noch bei den verträgen wie lange haben wir die noch zwei monate nur noch das wird traurig werden wahrscheinlich 450 ist schon brachiales gutes angebot zwei monate ok ja ok na dann fangen wir an oder würde ich sagen also es ist mal wieder samstag der 29 juli diesmal 2015 köln startet in die 24. saison und wird hoffentlich meister und dfp pokalsieger und eva cup sieger wir geben unser bestes sage ich mal und starten durch muss man mal gucken ob ich hier den pokal dfp pokal alles an ok dass wir das aufhaben auf geht's sehr gut der andy schmidt legt gleich los nur 43.000 zuschauer kommt mir etwas wenig vor aber vielleicht ist hannover auch gar nicht so stark was traurig wäre wenn wir hier mit so wenig chancen ja die sind nicht so stark aber 1 0 ist ein sieg würde ich sagen ähm so wir haben noch 105.000 das sieht gut aus wir haben allerdings keiner kein geld für irgendwas gekriegt also es waren nicht wirklich vier an einnahmen 45.000 45.000 ah na doch 600 irgendwas tausend ok na gut dann europapokal gegen espanol batrona wir haben eine recht defensive aufstellung aber wir können ja mal wechseln dann ah da geht's schon los sehr gut ausgleich durch notch aber da kriegen wir gleich wieder eins mit rein schade sehr gut 2-2 super Pantelic und 3-2 super der schmidt wieder jetzt brauchen wir noch seinen Bruder wenn der auf dem Markt ist würde ich den auch nehmen haben wir noch nicht mehr Geld für vorhin haben wir auch noch kein Angebot gekriegt und den Alushi würde ich ungerne auf dem Markt packen ähm solange wir da noch nicht irgendwie wirklich Ersatz haben können wir mal in die Stärken gucken wir sind die stärkste Mannschaft obwohl wir sowohl in Abwehrmittefeld und Sturm jeweils nur auf Platz 2 stehen gut nehmen wir mal so hin ok ich würde ja gerne ein bisschen offensiver spielen ich würde ja gerne mit drei Stürmern spielen ach das kann ich doch eigentlich machen das hält mich ja nicht ab so was ist hier mit Bayern München der Deal ähm wir wechseln einfach mal haben wir hier 73 wir wechseln Atiason aus und dafür Amri rein und stellen einfach jetzt mal auf die Aufstellung um und genau so und jetzt bitte volle Kanone und noch ein Sieg nein sieht schlecht aus 3-0 brutal ok wir waren doch deutlich stärker aber das nützt nichts Wiese hat sich verletzt und wir haben schon wieder Auswärtsgespielt das waren jetzt nur Auswärtsspiele 3 Auswärtsspiele wow ok so jetzt erstmal kurz viele Grüße an dich Hannes danke fürs Kommentieren und damit habe ich jetzt ja auch was gemacht ok wir stellen um und wir stellen auf stärkeren Sturm Amri ein bisschen nach hinten dann machen wir unsere übliche Aufstellung ok und einsatz wieder runter und gucken mal in die Stärke nicht dass wir hier wieder so Abwehr ist stark Sturm ist nicht so stark klar wir haben jetzt Amri eingesetzt ähm wir haben immer noch kein Geld weil wir noch kein Heimspiel hatten doch wir hatten ein Heimspiel was erzähle ich denn da uh das ist jetzt aber stark runtergegangen hier was ist da los aber sind immer noch 600.000 knapp die wir kriegen aber Magdeburg scheint ja auch nicht so stark zu sein und das Tor ist vernagelt da Podolski sehr schön aber unser Sturm ist ja wie gesagt auch nicht der beste noch nicht ja und schon werden wir herabgestuft aber wir können durchaus unseren Stadionzustand ja verbessern na klar denn unser Sponsor ist ja auch noch einen Monat gültig weil dann verliert man halt Stadionkomfort ist ja logisch so wir gucken mal kurz auf die Torschützenliste da ist nämlich noch gar nichts passiert weil wir einfach noch nicht viele Tore geschossen haben sehr gut wir hatten 3-2 gewonnen also unentschieden würde reichen nehmen wir so hin den Sieg nehmen wir mit und dann gucken wir mal gegen wen wir als nächstes antreten gegen alle Deutschen sind rausgeflogen sehe ich das richtig Junge was ist denn da los na gut gegen FC Gitar wer das auch immer sein mag ihr klärt mich da einfach aus und wir haben schon wieder Geld anscheinend gekriegt ja ok wir bauen aus schon Sorge gehabt 5 Wochen damit können wir auch dann unseren Sponsor benutzen aber wir haben kein kein Angebot für Feuern bisher was mich schon ein bisschen nervt gut müssen wir durch Carl Zeiss Jena ok ich glaube die haben wir auch noch nicht so oft in der Bundesliga gesehen aber die drehen auch gleich richtig auf nö mit zwei Chancen kann man da nix machen es fängt schon wieder sehr traurig an und immer noch kein Angebot für voll ne ich schmeiß den noch mal raus ich schmeiß den noch mal rein und Sivkovic ist wieder zurück und Jilberto würde ich mir gerne kaufen ja aber da habe ich auch noch kein Geld 26. August ähm muss ich nicht gucken irgendwas ne ne sicher ist sicher alles gut auf geht's also mit den Chancen hält sich das zur Zeit echt in Grenzen was wir da so schaffen ist ein bisschen traurig jo gut das zweite Liga dritte Liga dritte Liga war es glaube ich ja da muss man das sind halt also sieben Chancen drei Tore ist ein bisschen zu wenig gegen einen Amateur Oberligisten da sind wir noch nicht wirklich im Spiel drin da werde ich auch mal die Aufstellung umstellen und jetzt gucken wir erstmal wer unser nächstes Opfer ist hoffentlich Opfer ah der KSC ok zweite Liga so Holstein Kiel ist an Foyna interessiert wir verkaufen ihn sofort aber natürlich sind jetzt nicht mehr die Mittelfeldspieler vorhanden die ich gerne hätte kaufen wollen ähm genau so was rechnen wir hier kurz der hat Stärke 60 umgerechnet irgendwie und der ist ein bisschen stärker 28 Jahre den können wir vier Jahre nehmen und dann verkaufen aber wir haben gar kein Geld ne sieht schlecht aus schön dass wir gerade jemanden verkauft haben so Stadionzustand noch zwei Wochen da müssen wir noch durch wir können ja schon mal gucken wer so Interesse hat unter 300.000 zur Zeit dank des Stadionzustands und jetzt stellen wir hier auch um entsprechend nochmal die Aufstellung äh Amri lassen wir vorne stehen und Schmidt kommt sowieso woanders hin na es sieht doch eigentlich gut aus ok links, links, rechts, links, rechts es sieht doch alles gut aus also die Aufstellung sieht gerade ok aus na dann gehen wir mal Gas ach ja die Hertha drei Chancen kein Tor also mehr als Chancen machen kann ja auch nicht ja also es ist doch wieder verflucht was soll ich denn noch machen Kinas ich komme doch veräppelt vor hier ich komme doch echt veräppelt vor Schalke die auch immer irgendwie auf den Meistertitel schielen was ist eigentlich mit Dortmund passiert sind die wieder aufgestiegen sind die wieder abgestiegen gegen die hatte ich doch auch neulich mal gespielt ok 2-1 gut wir haben das Spiel irgendwie gewonnen Schalke spielt diese Saison auch noch nicht so gut also das ist auch noch ne Kurve die ich noch nicht so gesehen hab so Stadionkomfort ist abgeschlossen dann können wir ja mal gucken was uns diese Sponsorenverträge so bringen 320.000 zur Zeit nicht wirklich wir können noch warten haben wir Geld nicht wirklich viel und schon gar nicht um uns hier so jemanden zu leisten wie ein Lehmann oder Kaliskan oder ein Weidenfeller mit 20 Jahren wow aber danach hoffentlich es kann nicht wahr sein also ok ich versuche gerade hier rein zu wechseln ins Menü wir wechseln aus und zwar Amri und dafür kommt Haas rein damit wir wieder eine gestärkte Abwehr haben ein bisschen defensiver wow da werden Toreng geschossen dafür dass die Einzelne geführt haben und wir eine rote Karte gekriegt haben bin ich jetzt doch recht zufrieden die scheinen motiviert zu sein dadurch gut 4-2 immerhin so das haben wir haben wir jetzt genügend Geld zum kaufen 1,2 Millionen so Kaliskan oder Fischer Fischer nicht Fleischer sondern Fischer der natürlich deutlicher Stärken noch in der Form hat da können wir noch ein bisschen was rausholen das sieht doch eigentlich ganz gut aus versuchen wir Fischer zu nehmen für 910.000 ja klar 910.000 auch für den und der Lehmann da machen wir auch das machen wir 840.000 der würde das machen ok 4 Jahre 39 machen wir 36.000 und dann haben wir den auf jeden Fall drin der ist Stärke 67 ok und den Alushi müssen wir dann langsam irgendwie loslassen aber wir haben eigentlich genügend starke Spiele achso Alushi Alushi packen wir gleich auf den Markt so viel zu äh ich muss ja gar nicht so viel auf dem Transfermarkt umeiern haben wir noch die 320 Europapokal ähm wir haben da so eine kleine Lücke gerade gerissen so das sieht ok aus das sieht ok aus Angriff ich weiß nicht mehr ach ne gegen die haben wir noch gar nicht gespielt getafe so getafe ist ein fußballverein steht hier noch nicht geguckt ein spanischer fußballverein ok getafe ist ein spanischer fußballverein ich hab ein paar Tore gehört 2-1 ok zur Halbzeit sehr schön 3-1 wir spielen auch noch mit elf Spielern das ist auch gut ja hab ich auch noch nie gehört von diesem Verein ok wie sieht's aus wir haben wieder Geld Pizarro ja ne da man den nicht wieder verkaufen kann das ist halt auch irgendwie blöd und wir haben abgelehnt und wollen nicht mehr Weidenfälle ist halt brutal gut Stähle und könnte man für immer verpflichten dann behalten wir das Geld sparen wir uns etwas auf und überstehen mal ha 10 Spieler klar nicht aufgepasst nicht aufgepasst so dann mal kriegen wir auch mal ne Chance danke das ist eine verflixte Saison schon wieder Duisburg ist an Pantelic interessiert den wollen wir doch gar nicht verkaufen wäre natürlich eine Möglichkeit wir gucken nach Substitution Pizarro Pantelic verkaufen Pizarro einkaufen wir könnten es probieren gucken wir mal für 850.000 wenn wir ihn 4 Jahre nehmen dann ist er danach weg du kriegst 43.000 für 4 Jahre und bist dann hoffentlich super gut und danach verlässt du uns so okay nächstes Pantelic er hat noch 2 Jahre wir geben ihm einen Einjahresvertrag für 60.000 okay und verkaufen ihn das ist doch nett gut Halushi ist immer noch auf dem Markt Fischer will immer noch nicht Kaliskan will auch noch nicht 27. September wir müssen langsam mal einen Sponsor rankriegen weil das sind ja einfach mal ein paar hunderttausend die hier fehlen uh 434 nice ich glaube den nehmen wir ja damit können wir leben und haben wieder fast 1,2 Millionen Einnahmen sehr gut uh Glück gehabt und damit können wir wieder ein bisschen agieren und ich hoffe Halushi wird sich dann hier auch mal verabschieden 9. Spieltag Leute wir müssen aufstellen achso Pantelic haben wir jetzt wir brauchen gar nicht mehr so einen extremen Sturm jetzt haben wir können wieder ein bisschen mehr in die Abwehr gehen oder müssen vielleicht sogar ein bisschen mehr in die Abwehr gehen weil unser Sturm ist ja jetzt nicht mehr ganz so gut und los geht's 9. Spieltag 44.444 Zuschauer na das kann man ja mal ausbrüllen ich will gar nicht sagen nup hat nicht gereicht eine sehr durchwachsene Saison sehr durchwachsen ach nee wir lassen das so aufgestellt und gucken mal so ins Training wie das hier aussieht jo benötigt der Schnitt ist auch immer noch okay wir haben Geld abgezogen gekriegt haben aber noch 1,3 auf dem Konto so der kriegt 920.000 bei 910 wollte er ja nicht kommen ah wie kann man denn so wederisch sein ok weiter geht's Wackerburghausen auch immer so ein fieser Gegner der viele Chancen hat und uns gerne an die Wand knallt los Köln mach mal ein paar scheiße Tore ja Podolski kommt langsam kommt langsam in Fahrt ok Notch ist ja auch so ein Kandidat der nächstes Jahr ähm verschwindet ei 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 Barbaris können wir eigentlich auch loswerden der ist aufgebraucht den brauchen wir eigentlich auch nicht so wir können mal wieder ein Angebot machen ähm 930.000 wow ok Fischer ja aber mehr gebe ich dir auch nicht sehr gut haben wir im Kader Werke 64 der wird ja hoffentlich in den 4 Jahren hochkommen und wie stellen wir uns auf wir stellen uns jetzt so auf so Notch nach vorne links rechts na dann tauschen wir die beiden ist ok gut wir versuchen es anders Europapokal Rückspiel äh nicht dass ich es verkacke äh sollte eigentlich nicht der Fall sein ich hab 1-4 gewonnen und für Alushi hab ich immer noch kein Angebot gekriegt nehmen wir ihn nochmal runter wir packen ihn nochmal rauf auf geht's ja ich mach schon wieder zu viel Einkäufe äh für das Geld hätte ich ja echt schon was ausbauen können so wir dürfen nur nicht mehr als drei Tore äh zwei Tore noch kassieren oh ne die zwei sind schon schlimm Glück gehabt das hätte auch nach hinten losgehen können Jungs nein nein ja so Köln ist weiter gegen Olympique Lyon gut da Kiel wieder er hat noch den letzten schon gekauft jo wir verkaufen ihn das sieht gut aus oh weißt du jetzt ist der wohl ein ganz schwacher Spieler hier so jetzt kann man mit der Mannschaft aber spielen oder? sicher 7. Oktober wir können ja einfach mal unser Stadion ausbauen würde ich sagen wie viel können wir denn machen? 6.000 1.000.000 können wir 6.000 aufbauen auf auf ausbauen wir können für 12 Monate 2.000.000 aufnehmen und dann weiter ausbauen 18.000 dann haben wir noch 160 über na klar machen wir doch dann fehlen uns noch 22.000 danach es geht voran eine sehr sehr durchwachsende Saison also stärkste Mannschaft der Liga aber wir spielen so weit unten wir spielen ja so im Mittelfeld Amri zurück Amri mal hier raus zieh wieder raus ja mein Podonti ist schon der wird langsam DFB-Pokal gegen KSC Geld haben wir auch noch auf dem Konto sehr gut erstmal gegen die schwachen Spieler äh Mannschaften sich durchsetzen und dann hoffentlich im Finale irgendwie stehen und gewinnen ja sehr gut das macht die Sache etwas beruhigender dann müssen wir auch mal gleich gucken wo Podolski jetzt eigentlich in der Torschützenliste steht wir spielen gegen Kickers Emden also wir haben echt Glück mit den Begegnungen dieses Mal Podolski immerhin vier Tore ja wir haben ein bisschen Geld auf dem Konto gut und das sparen wir jetzt auch an jawollo ich hatte gelesen dass Köln erst seit 1950 den Hennes als Wappentier hat als oder nicht als Wappentier aber als Glücksbringer ähm das Tier vor Ort im im Schuppen sozusagen oh wie nur 1-1 warum habe ich das nicht mitgekriegt weil ich wieder irgendwas erzählt habe äh war damals ein Geschenk an den Verein von irgendjemandem weil die einen Glücksbringer brauchten so 1 Million wieder auf dem Konto das sieht gut aus und boah der hat schon wieder eine rote Karte gekriegt was soll denn das schon eine zweite rote Karte sag mal Freund so hinten jemand jemand raus pass rein da drüben vielleicht zurückgezogen mach mal so sehr gut Podolski sein fünftes Tor in der Liga kann man nicht einmal kein Gegentor kriegen nein achtzigste Minute ähm wir wechseln aus mal kurz gucken den Meissner schön Meissner wechseln wir aus den Pizarro wechseln wir ein wir wollen es jetzt noch mal wissen auf geht's ja eine Gegenschance und dann ist die Sache geritzt gegen den letzten super ihr seht ich bin voller Freude ähm ich hab mir das ganze heute etwas anders vorgestellt oh Brankwitsch ist mal wieder da aber man will mir meine meine Freude nicht gönnen und naja dann ist halt so 37.000 Zuschauer was ist da los letzte Saison war schon mies oder jetzt wie immerhin der will in die Torschützminister und Pizarro ach ja so was sagt der Kontostand immerhin 700.000 noch auf dem Konto das ist doch schön zu sehen wir haben noch 20 Wochen und dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr wirklich genügend Geld um komplett auszubauen und der erste ist nicht weit weg ne vier Punkte vier Punkte sind das nur so gegen die Kickers Emden Inso gibt es auch wieder aber wir spielen jetzt in den Einsatz ein bisschen wir ziehen den Spieler vor und weiter geht's na endlich oh ey die machen es schon wieder spannend so wie geht's weiter gegen Hamburg na toll aber irgendwann muss das ja mal sein dass man auch gegen Hamburg vielleicht gewinnt ich weiß gar nicht hab ich letztes Mal gewonnen weiß es nicht sagt mir ich hab schon wieder vergessen ich guck jetzt auch nicht nach und ja dann happy birthday ins on wir gucken wie es weiter geht wir nähern uns ja dem Ende und ich bin ja geneigt also irgendwann ist dann jetzt auch genug mit Bundesliga Manager Professional für mich als nächstes werde ich wahrscheinlich mal ein zwei runden Civilization machen Civilization 1 was meiner Meinung nach wirklich das eins der besten Civilization ist also ich hab nicht viel gespielt ich hab das erste das zweite das dritte und das vierte gespielt und ich glaub das erste und das zweite und das vierte also vier auch intensiv drei ganz wenig nur ja so olympic neon oder sowas war das was jetzt uns bevorsteht und wir stellen auf und wir stellen offensiv auf stellen uns mal so ausprobieren immerhin eine chance juhu überall sind die deutschen schon raus was ist da los was ist mit der deutschen liga zurzeit los naja wir sehen ja erster platz war glaube Fortuna Düsseldorf das sagt auch schon viel aus das auch Fortuna Düsseldorf erster platz und 19 punkte so 16. spieltag Konto stand sieht gut aus hatten wir irgendwelche karten ja du wirst eingewechselt und du kommst als Reservespieler und ich das war schon wieder ihr Mist machen auf geht's es kann nicht wahr sein wir sind so verflucht haben wir ein gutes Mittelfeld ja das geht eigentlich es ist akzeptabel 17. spieltag letzter spieltag der hinrunde wir haben auch ordentlich Geld auf dem Konto sehr schön wir gucken uns kurz unsere Stärken an wir sind die stärkste Mannschaft wir haben den stärksten Sturm und leider ist davon gar nichts zu sehen was schon irgendwie traurig ist also ja alle Mann ja Aachen auch so ein Lieblingsgegner Leute was kann ich tun die Saison vorher hat das doch auch alles irgendwie geklappt letzte Saison bin ich runtergegangen mit dem Trainingslevel mit dem Erschöpfungslevel hat auch nichts gebracht es ist einfach weiß nicht es ist gerade so eine Durststrecke so 1-0 reicht aber ähm wir sollten doch noch eigentlich zwei Tore mehr haben als der Gegner damit würde ich mich sicher fühlen ach kommt schon Jungs zwei Tore ne das war so klar das ist so klar der will uns jetzt hier komplett rauskicken ähm mhm mhm Stärke 69 raus Pizarro rein wir stellen komplett um gehen auf Angriff und rein da ein Tor noch Jungs ne das war's wir sind ausgeschieden als letzte deutsche Mannschaft nix wird's mit dem Tribel nein wir wollen nicht und wir schalten den Europapokal aus und genau so Geld haben wir Alushi die haben ihm wieder die Beine abgesägt guckt euch das an der hatte Stärke 82 oder so meine Güte der arme der arme Mann okay gut na dann das war die Hinrunde der 24 Saison es war gelinde gesagt ja guckt euch den Verlauf an sehr durchwachsen und dafür dass wir die stärkste Mannschaft der Liga sind muss das sein egal wir sehen uns wieder und zwar wenn es wieder heißt let's play Bundesliga Mannschaft Professional dann die Rückrunde der 24 Saison und das voll erfolgreich Angriff sage ich dazu also macht's gut bis zum nächsten Mal ciao ciao